Hallo, hier ist Imbro Schraubing für newgadgets.de. Ich habe auf der IFA in Berlin kurz die neue Sony A55 einmal genauer angeschaut. Diese Kamera bietet mit bis zu 10 Bildern pro Sekunde eine sehr schnelle Bildfolge und nimmt Fotos mit bis zu 16 Megapixeln auf. Das Besondere an der Kamera ist aber der schnelle Phasenautofokus im Videomodus. Videos werden hierbei maximal in Full HD und dem AVCHD-Video-Kodec aufgenommen. Bei niedrigeren Aufhösungen nimmt die Kamera im MP4-Format auf. Der große elektronische Sucher scheint während der Aufnahme etwas träge zu reagieren. Und wie man hier sieht, die Kamera war zum Einsatz nicht ganz bereit, aber einfach auf Cancel drücken und dann sieht man auch den Monitor auf dem Display, also den Sucher auf das Display. Und wie man gesehen hat, ist es nicht über die volle Breite zu sehen. Hier sieht man den elektronischen Sucher mit diesem Neigungsanzeige. So kriegt man dann auch bei Landschaftsfotos ein möglichst gerades Bild hin. Ja, der elektronische Sucher, wie gesagt, zieht ein bisschen nach, ist aber ansonsten recht angenehm. Und die Berichte, dass nach 10 Bildern die Kamera ca. eine Minute blockiert, konnte ich nicht bestätigen. Eine manuelle Belichtung im Videomodus geht nur in Form von einer Blendenvorauswahl, bevor die Aufnahme startet. Und das auch nur, während man manuell fokussiert. Bei Autofokus ist die Belichtung automatisch. Die Energie automatisch geht更 Bongermern, wenn man ein bisschen wieder da geht. Wie sieht man den